Musik Schönheit Für Barbara Becker, 49, hat es nicht nur mit Aussehen zu tun. Für die Ex-Frau von Boris Becker ist auch die innere Haltung entscheidend. Mit Novita förmig, hat sie deswegen ein Wohlfühlsortiment auf den Markt gebracht. Bei der Präsentation im Münchner Luxushotel, Bayerischer Hof, sprach sie mit der Nachrichtenagentur Spot on News über falsche Schönheitsideale, den Umgang mit sich selbst und verrät, warum sie sich bei Events trotz allem gerne mit Make-Up zeigt. Wie Barbara Becker damit umgeht, dass ihr Sonor mittlerweile ausgezogen ist, erfahren Sie in diesem Clip-Fisch-Video. Barbara Becker, ich habe diesen Punkt der Ruhe inzwischen in mir selbst gefunden. Das heißt, ich habe die Ruhe-Phasen nicht nur am Wochenende oder im Urlaub, sondern setze sie mir auch im Alltag. Wenn ich merke, dass mich der Stress überkommt, mache ich direkt etwas anderes und versuche gegenzulenken, zum Beispiel durch Meditation. Skriptiv Becker, absolut. Die Bewegung und das Ankommen im eigenen Körper sind doll. Klar muss man sich manchmal ein bisschen quälen, aber irgendwann kommt ein Glücksgefühl, mit dem man sich gut fühlt. Bäcker, oft ist Stress im Alltag das Problem. Wir leben heutzutage anders als vor einigen Jahren und haben häufig nur ungesunde Sachen zur Verfügung. Auch verzichten immer mehr Menschen auf Leisch und nehmen dadurch weniger Proteine zu sich. Da sind solche Produkte nicht nur zeitsparend, sondern dank der hohen Qualität auch einfach gut. Bäcker, es ist wichtig, gut mit sich umzugehen. Es geht nicht nur darum, schlank zu sein. Wenn sich Frauen unter 30 nicht trauen, einen Bikini anzuziehen, ist das doch totaler Schwachsinn. Schönheit ist eigentlich, sich in seinem Körper wohl zu fühlen. Wir müssen uns alle ein bisschen gütiger behandeln. Bäcker, aber keiner sieht ja wirklich so aus. Wenn man den Leuten dann mal in echt begegnet, wundert man sich. Und das Ding ist ja, dass selbst Topmodels oft nicht zufrieden mit sich sind. Man muss wirklich anfangen, sich selbst besser zu behandeln. Komplimente, die anderen einem geben, sollte man auch sich selbst geben. Es gibt immer etwas Gutes. Bäcker, immer weniger. Durch Instagram, Snapchat und Co. kommen die amerikanischen Schönheitsideale viel schneller hierher. Aber dort ist das Streben nach der ewigen Jugendstärke verankert. Dafür ist es hier wichtiger, ob man auch etwas zu sagen hat und ob man etwas gelernt hat. In Amerika gibt es viele, die wirklich nur über ihr Aussehen bekannt sind. Bäcker, wer kann der kann. Ich kenne Alicia Keys auch persönlich und muss sagen, dass sie wirklich keine Schminke braucht. Wenn man so aussieht, ist es aber natürlich einfach, alles wegzulassen. Generell finde ich den Trend gut, sich anzunehmen, wie man ist. Im Grunde genommen ist das der Weg zu sich selbst. Ich kenne die Schminke, 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 die Schmin